Danke, Frau Lomscher. Pünktlich zum 17.06.2019 wurde abends die Mieterhöhung von der Hausverwaltung im Briefkasten eingeworfen. Oder ich habe am Freitag meine Mieterhöhung bekommen und zahle ab dem 1. September 60 Euro mehr. Das sind nur 2 der vielen Kommentare, die uns in diesen Tagen über Facebook und Twitter erreichen. Unabhängig davon, ob das jetzt gerade am veröffentlichten Mietspiegel liegt oder eben am Mietendeckel, die Konsequenz ist für die Betroffenen ähnlich. Schon wieder eine Mieterhöhung. Solche Fälle hat der Mieterberater Knut Beyer in den letzten Tagen dauernd auf dem Tisch. Viele Eigentümerinnen oder Eigentümer reagieren in Torschusspanik und wollen noch ganz schnell eine Mieterhöhung durchdrücken, bevor dann eventuell 5 Jahre lang keine mehr möglich wäre. In die Sprechstunde der Mieterberatung Asum am Ostkreuz ist auch Franka gekommen. Sie möchte anonym bleiben, aber ihren Fall dürfen wir erzählen. Am Sonntag gerade aus dem Urlaub zurück hatte sie eine Mieterhöhung im Briefkasten. Sie wohnt seit drei Jahren auf 55 Quadratmetern, hat dafür beim Einzug 470 Euro kalt bezahlt. Schon ein Jahr nach dem Einzug hat Franka eine Mieterhöhung bekommen, dann sollte die Wohnung 540 Euro kalt kosten. Und jetzt die neue Mieterhöhung, nun sollen es 555 Euro werden. Gerechtfertigt können Mieterhöhungen grundsätzlich in drei Fällen sein. Als normale Grundmieterhöhung, die nur einmal im Jahr kommen darf, wie jetzt bei Franka. Wenn die Wohnung modernisiert wurde oder wenn die Nebenkosten im vergangenen Jahr stark gestiegen sind. Alle, die wie Franka Post vom Vermieter bekommen haben, müssen darauf reagieren. Wichtig ist, innerhalb der gesetzlichen Frist zu prüfen, für alle im Juni angekündigten Mieterhöhungen ist das der 31. August. Dann sollte man die neue Kaltmiete mit dem Mietspiegel vergleichen. Und am besten eine Mieterberatung aufsuchen, bevor man zustimmt, teilweise zustimmt oder ablehnt. In Frankas Fall entdeckt Knut Bayer, dass der Vermieter gegen die sogenannte Kappungsgrenze verstößt. Der Vermieter darf nur 15 Prozent in drei Jahren erhöhen. Er hat nur den Spielraum jetzt von 2, 3 Euro. Denn wegen der ersten Mieterhöhung vor zwei Jahren darf der Vermieter jetzt nicht mehr nehmen. Das wäre mehr als die Kappungsgrenze erlaubt. Das ist der klassische Fehler gewesen, dass die 15 Prozent in drei Jahren nicht eingehalten wurden und der Erhöhungsbetrag deshalb wesentlich weniger ist, als das, was jetzt die Hausverwaltung begehrt. Für Franke hat sich der Besuch in der Mieterberatung also gelohnt. Unterm Strich rät Knut Bayer allen Mietern, keine Scheu, sich gegen eine Mieterhöhung zu wehren. Viele Mieter sagen sich, ich will mich jetzt aber nicht mit dem Vermieter anlegen. und ach nee, das wird schon stimmen. Ganz schlecht. Das ist kein Anliegen. Die Vermieter kennen dieses Prozedere, dass dann natürlich auch Mieter ihr Recht in die Hand nehmen. Ganz schlecht ist es wirklich, nichts zu machen.